Ja, hallo Leute, wir erstellen einen kleinen Blog. Wir reden bei Minecraft über die besten YouTuber. Ja, und wir werden auch viele Let's Plays machen, wie jetzt schon ein paar draußen sind. Bis ich mein neues Headset habe, dann kann ich auch noch welche machen. Und ja, wir gucken, wie das Ganze werden wird. Ja, fangen wir mal an mit Kronk. Ja, Kronk ist einer der berühmtesten YouTuber. Vor allem der berühmteste Let's Play, würde ich sagen, hat über eine Million Abonnenten. Also das Video wird jetzt nur so zwei Minuten, das soll nur das Anfangsvideo sein. Und wir werden natürlich noch ausführlicher über YouTuber reden und über Let's Plays. Ja, und auch über andere Spiele, Break Force, World of Danks, Minecraft. Jo. Oh, jo, das war's dann. Ja, das war jetzt nur so ein kleines Intro-Video. Okay. Okay, bis bald. Und bis bald. Ciao, ciao.